Und jetzt? Wieder raus oder was? Ich trau? Zum Spaß Ach, das wäre der Weg gewesen. Den habe ich doch vorhin im Ding gesehen. Oh, kann ich die Kippen mitnehmen? Bitte, 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 bitte. Ja, ich weiß, macht man nicht. Da ist noch Gesundheit. Gab es da nicht irgendein Spiel? Wenn eine geraucht hat, wurde einem die Gesundheit abgezogen. Wo wäre ich denn da gekommen, wenn ich hier rausgekommen wäre? Ich komme immer nur wieder hier unten raus. So, hier lebt eh keiner mehr. Von hier? Hier habe ich noch gar nicht geschaut, oder? Nein, die habe ich noch nicht geschaut. Ach so, das wäre nur so eine doofe Abkürzung gewesen. Ah, fuck. Das war einfach, wer das gegangen ist. Ernsthaft? Es war einfach, wer das gegangen ist. Aufpassen. Ich habe einen Computer, jetzt muss ich jetzt nicht nur den Grain schoßen. Die beiden elektronischen Monster sind noch unterwegs, oder? Boah, wie viele Toiletten hat dieses Haus? Warum gibt es auf dem Stockwerk nur Scheißhäuser? Nein, ich will kein Bier. Hohohohoho. Ah, okay. Ah, es ist zu wenig Platz im Inventor. Ich habe doch einen Schalldämpfer aufgenommen. Kann ich den mit irgendwas verwenden? Nein. Hahaha. Wo müssen die Pistolen machen? Ach da, hier. Das braucht kein Mensch. Ach so, den habe ich ja schon gehackt. Ach so, da wäre ich jetzt oben. Ach so. Ja, klar, ich war hier oben. Ach Gott. Tschüssüss. Tschüssüss. Ich hab's nicht gebeten. Ah! Ich hab's was nicht gebeten. Das ist over. Ich hab's nicht gebeten. Sie war dran. gut dann kann ich hier glaube ich raus so hier bist du ein guter Kumpel von mir macht es überhaupt Sinn dass ich hier bin ich muss ja in mein Apartment glaube ich nur mal so auf Spaß weil ich es noch nie verwendet habe muss ich mir mal sagen von wo die schießen ich komme gleich aufs Dach da das ist das das ist das das ist das Es gibt echt tausend Wege hier rein und raus. Hier bin ich nur auf dem Dach. Das Glas wäre schusssicher, aber ich will da jetzt nicht nochmal rein. Das war's. Okay. Ich habe doch alle mit Schafschutz gesehen. Klar. Und doch. Okay. Ach ohne Scheiß, der ist jetzt da drin. Ich habe doch noch normale Munition. Was? Gibt es hier irgendwas interessantes? Ja, hey, Kaffee. Okay. Ja, ja. Keine Artwerfer habe ich hier sowieso nicht. Oh, alter. Alter. Keine Fenster? Nein, keine Fenster. Oh, habe ich da ein Zeug kaputt gemacht? Ja. Ich wollte das Standardgewehr am Anfang ja nicht. Aber inzwischen habe ich es richtig lieb gewonnen. Okay. Okay. Es wird sofort! Fuck! Ja, okay. Ja, ich kann es mit dem, so. Ich kann es mit mir sehen. Und jetzt mit dem, so. Ja. Okay. Ja, ich kann es mit dem, so. Musste das jetzt sein? Wer? Ich schwein die Sicherheitssträger für euch. Oh, beweg dich man! Der ist ja auch noch da. Aber der ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da. Ja, dann verlassen wir mal den Bereich. Der ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da.